Vorne gucken wir, ob da jetzt vielleicht eine kommt. Kommt, der hat uns gehört, der kommt noch einer, der ist in der Tür, entweder kommt du zu mir ran oder rennt außen rum. Geh mal die Treppe hoch, wo du, wenn du Market Home läufst, weißt du? Ja, auf der Brücke, warte, ja, ich weiß, was du meinst. Da kannst du dieses Loch gucken, ja, gesehen. Da. Ne. Ich glaube, ich habe ihn, jo, ist weg, ist tot. So, jetzt brauche ich Taschentücher, meine Hände sind feucht. War schon ein bisschen dirty. Ja, aber... Ich stack erst, dann komme ich wieder runter. Ja, im Tunnel. Da, wo ich jetzt gerade Dings erschissen habe? Ja, 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 ja. Oh, scheiße, ich komme. Das ist der falsche Tunnel, wo ich gerade hingucke, ne? Ja, okay. Ja. Der ist gerade vor mir gewesen. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Okay. Ich höre hier, Bewegung. Unten im... Er ist vorne, äh, im Tunnel, im Tunnel. Ne, nicht im Tunnel, hinter mir jetzt. Weiter links. Hier irgendwo. Ja, ja, aber ja. Mach die Tür hin und sie dir zu. Ich soll die Tür zumachen? Scheiße. Ach, scheiße. Hier kommt man... Auf die Seite kann man ja nicht gucken. Er springt hier. Hab ihn. Ein. Nein. Aber der andere ist halt noch weiter weg. Ja. Er ist hier gerade in der Nähe von mir. Ich stack kurz kurz. Ich muss schnell meinen Bruch verarzt. Mhm. Der war halt hier hinten, äh, Richtung Kolonial. Pass auf, ruhig, ruhig, ruhig. Er rennt hier bei mir. So schnell? Er ist noch nicht oben drinne. Ja. Der eine ist halt hier unter mir. Tunnel, glaube ich. Ja, er kommt von dem Tunnel. Ein Tunnel wieder? Ja. Einer auf jeden Fall. Also der Tunnel, wo ich gerade geguckt habe, ne? Ja, genau. Wo du den, äh, den Endspieler erschaffen hast. Sehen nicht. Okay. Da ist er. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Scheiße. Ich war so auf dem Head, alter. No. 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 Okay. Dann hole ich erstmal kurz meine Armor. Aber wenn er sneakt... Irgendwer schreit. Irgendwer schreit. Was denn für eine Armor? Krasse Armor. Ne, ich meine, der andere, den du erschossen hast, während des Laufen nach oben zum Market pump. Achja, der in der Treppe stimmt, du hast recht. Der hat dann bestimmt eine dicke Armor. Einfach nur, falls mir die Muni ausgeht. Einfach nur, dort schreit und achet zu, welcher Moment scheint movimiento. Ah,하죠. Jetzt kommt nach oben. ja und das noch ein stück weiter und also bin ich der dude jetzt sondern der ich erschossen habe okay denn das spiel ja er hat doch eine 5er arme aber weg also nicht das problem kommt der scaf kommt er hier rein ne ne da kann er eigentlich nicht rein jetzt kommt wieder was ne ne sprint kommt und rein ist tot vielleicht ein spieler scaf ja das sieht auf jeden fall wie ein player scaf mit den trommeln weg ja du sagst gib mir das noch nicht so mal stehen bleibst ne ich bin ich muss das kämpfen alles gut ich dütze bloß immer so deinen rücken an kennst du dies wenn du in der schlange stehst nicht nach vorne guckst und gehst weiter und dann war man macht so bumm das passiert mir gerade die ganze zeit kann sie auf mich bitte betatschen ja betatschen vor allem quest ferterino schönes ding alter das hat auch lang genug gedauert der kack das war es glaube ich mit paka für diesen vibe für mich ich habe keine lust mehr kack zweifel kack 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 Bis zum nächsten Mal.